Du warst nicht vorbereitet! Und dabei könnt ihr zahlreiche Rewards für Retail abholen, also auch ein, zwei Rewards für Classic WoW. Hier in dem Video schauen wir uns erstmal an, was ist das überhaupt, wie funktioniert das genau, also wie kann ich das spielen und wir schauen uns natürlich auch an, wie komme ich denn an die ganzen Belohnungen hier, weil das ist eigentlich das, was die meisten Leute interessiert. Da gibt es nämlich ziemlich, ziemlich cool die Cosmetics, die wir uns jetzt erstmal ansehen. Belohnungen, die man da drinnen kriegt, die funktionieren alle anhand vom Renown-System, was wir ja auch eigentlich schon aus Dragonflight kennen, das heißt mehr oder weniger einfach eine Ruf-Fraktion. Und den Ruf dafür zu fahren ist sogar relativ simpel, vor allem seit dem Hotfix gestern auch noch. Und jetzt schauen wir, wie gesagt, die Rewards durch. Den ersten Reward, was wir haben, der ist für Renown-10, das heißt für Rufstufe 10 und dann gibt es den Silbernen in den Gezeitenhengst, einmal für Retailer, das sind Seepferdchen Recolor, was wir eigentlich schon kennen aus Nasida, also aus Battle for Azeroth. Für Renown-20, also Rufstufe 20, gibt es dann den ersten Papagei, das sind die königliche Meerfeder, auch die Papageien kennen wir schon aus Battle for Azeroth, eigentlich hauptsächlich. Freehold und Insel-Expeditionen, wo man die ebenfalls abholen könnte, hier haben wir halt eine blaue Variante. Ab Rufstufe 39 gibt es dann nochmal ein Papageien und zwar diesmal mit diesem schicken Piratenhut und so einem kleinen Stiefelchen an. Dann haben wir unter anderem auch noch Pets, also Begleiter, die wir uns holen können und das einmal der gute Glücki für Rufstufe 6. Wir haben einmal Blubbidi-Krabe für Rufstufe 11, wir haben Glamrock, die sehr, sehr schicke Krabe mit der Krone auf für Rufstufe 30 und dann gibt es natürlich auch noch normalen Transmog, den man sich abholen kann. Und zwar haben wir erstmal dieses Swabby-Set, das ist also dieses Anfänger-Set für die Piraten, dann gibt es das Kapitän-Set und ganz zum Ende gibt es halt das Plunderlord-Set und das sieht wirklich, wirklich geil aus. Sehr, sehr gelohnt, das will ich mir auf jeden Fall einmal abholen, das gibt es zwischen Renown Stufe 22 und 38, das heißt, da kriegst du halt immer wieder die einzelnen Teile freigeschalten, je nachdem welche Ruhmstufe du hast. Außerdem gibt es für die einzelnen Ruhmstufen auch noch Waffen, Transmogs, die ihr euch hier abholen könnt, allesamt eigentlich ganz okay, ein paar Recolor-Varianten von früheren Expansions und ein paar Sachen, die sogar relativ neu sind, vor allem die ganzen Pirate-Themed-Waffen, die wir weiter unten haben, wie zum Beispiel Stab, Degen und so weiter. Dann gibt es auch noch einen Wappenrock und zwar Plunderlords-Tabat, den gibt es dann überhaupt auf Renown Stufe 40 und da gibt es dann auch noch einen Titel hinzu und natürlich Pepe, der kleine Vogel darf natürlich auch nicht fehlen, das heißt, den könnt ihr euch da drinnen ebenfalls noch abholen. Ansonsten habe ich euch unten in der Videobeschreibung einmal das Ganze verlinkt, wenn ihr euch die Rewards selber nochmal alle einzeln durchschauen wollt. Jetzt als nächstes kommen wir erstmal zum Spielmodus. Was ist das Spielmodus, wie starte ich den Spielmodus und was brauche ich dafür? Was dafür braucht es ist ganz einfach und zwar braucht einfach nur ein Abonnement für World of Warcraft, ansonsten braucht ihr gar nichts. Das heißt, ist ja Classic Retail als auch jetzt Blunderstorm mit inbegriffen, wobei, wie gesagt, Blunderstorm ist ein zeitlich limitiertes Event, das wahrscheinlich irgendwann in Zukunft wiederkommt, sofern es bei der Community ankommt, gut ankommt. Das ist noch so fragwürdig, weil sehr, sehr negativ behaftet das Ganze immer innerhalb von der WoW-Community, wenn sie mal was Neues ausprobieren. Aber, wenn ihr dann in Zukunft einfach auf euren Login-Screen geht, wo ihr hier eure ganzen Charaktere und so weiter habt, seht ihr links oben schon hier einmal Dragonflight und einmal Blunderstorm. Das heißt, wenn ihr hier einfach auf Blunderstorm draufdrückt, dann sehen wir schon, das lädt ganz kurz und dann kommen wir hier auch schon mehr oder weniger in den Mode selber rein. Dürft ihr euch dann hier irgendeinen Charakter aussuchen, da spielt keine Rolle, was ihr hier pickt. Nehmt einfach irgendwas, wenn ihr glaubt, dass ein Gnob eine kleine Redbox hat, nehmt ein Gnob, ansonsten pickt einfach irgendwas. Dann könnt ihr hier spielen und zwar entweder Solo oder Duo. Das heißt, ihr könnt entweder alleine oder mit euren Freunden oder natürlich auch mit dem Random spielen. Das heißt, wenn ihr hier keinen einladet und einfach Spiel beitreten drückt, dann habt ihr halt einfach einen zufälligen Maid mit dabei. Ansonsten, ich persönlich habe eigentlich bisher nur Solos gespielt. Und wenn wir dann hier auf Spiel beitreten drücken, dann dauert es ganz kurz und dann kommen wir erstmal in die Startlobby. Innerhalb der Startlobby ist das so typisch wie in den Battle Royale Games eigentlich üblich. Und zwar können wir uns das erste ansehen, unser Interface. Ihr solltet hier auf jeden Fall eigene Keybinds vergeben, denn wir sehen schon, das sieht eigentlich nicht aus wie World of Warcraft an sich. Und es hat eigentlich auch nicht wirklich was mit WoW zu tun, sondern es ist einfach nur ein Fun-Modus für kurze Zeit, den ihr halt spielen könnt. Ihr habt halt mehr oder weniger einmal eine normale Ability, switcht immer durch zwischen drei verschiedenen, macht aber alles genau gleich viel Damage, das heißt spielt keine Rolle. Ihr habt einmal einen Heal, den könnt ihr auch während Bewegung benutzen, das heißt auch während ihr movt. Ihr dürft nur nicht Double-Jump oder sonst was, sonst bricht es ab. Und ihr habt einmal hier unten eure Fähigkeiten und zwar zwei Damage-Fähigkeiten, zwei Utility-Fähigkeiten und einmal einen Bonus-Gegenstand. Manchmal ist es Mobility, manchmal sind es andere Sachen, die euch ein bisschen helfen beim Spielen an sich. Und dann seid ihr wie gesagt so Battle Royale-typisch erstmal in den Lobby trainen, wo es darum geht zu warten, bis genug Leute im Spiel sind. Und wenn genug Leute im Spiel sind, dann fängt das Ganze einfach an. In der Zwischenzeit könnt ihr hier schon mal rumprobieren an Damage, ihr seht schon die Kisten, die man so plündern kann. Ich würde euch unter anderem empfehlen, auf jeden Fall den Interaktions-Key zu beinden. Den seht ihr hier in Optionen, wenn er oben einmal Inter eingibt, dann seht ihr ja schon mit Zielen interagieren. Ich habe das hier auf Q gebeindet und ja, nach Kürze geht es dann los. Und dann geht es auch schon los und zwar kommt ihr direkt in einen, ja, in einen Flugsimulator. Ne, ihr kommt hier direkt rein und seid dann hier auf den Papageien und könnt damit landen. Es empfiehlt sich direkt auf irgendeinem Rare oder Elite zu landen, denn da könnt ihr euch eine Fähigkeit abholen. Das ist also ganz, ganz simpel, denn bei Battle Royales, normalerweise pickt man ja irgendwelche Waffen und so weiter in verschiedenen, ja, Seltleitsgraden. Umso besser der Seltleitsgrad, umso besser die Waffe. Hier ist es nicht anders, das ist ziemlich zu vergleichen mit Spellbreak als Battle Royale, was ja auch irgendwie logisch ist, weil Blizzard hat ja das Studio von Spellbreak eingekauft und dann habt ihr hier immer Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten können ihr genauso leveln, genauso wie auch euren Charakter und dadurch werdet ihr halt immer stärker. Und seht hier immer wieder Fähigkeiten, die könnt ihr einfach rechts klicken oder mit dem Interaktionskey einfach direkt aufsammeln. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, zweimal Damage Ability, zweimal Utility und einmal mehr oder weniger hier diese normalen Gegenstände. Und wenn ihr hier drinnen seid, dann ist es euer Ziel, erstens, dass ihr hier in der Stufe aufsteigt, denn wir sehen schon, umso höher die Stufe, umso höher unser verursachter Schaden als auch unsere HP. Und zusätzlich wollen wir natürlich auch höhere Ränge von den Fähigkeiten, die wir hier mehr oder weniger finden. Das heißt, umso öfter wir die gleiche Fähigkeit finden, umso höher der Rang. Und noch dazu, wenn wir einfach eine Fähigkeit finden, die gleich schon Max Rang ist, dann können wir sie natürlich nicht weiter ab. Ihr könnt die ganzen Fähigkeiten auch jederzeit tauschen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier immer wieder alle möglichen Sachen umhauen, wie zum Beispiel hier die ganzen Rares, was ihr hier auf der Minimap einmal seht. Die haben immer eine höhere Chance oder eigentlich eine 100% Chance, dass sie in irgendeiner Art und Weise was droppen. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Spieler, das natürlich nicht zu vergessen, denn auch andere Spieler sind hier mit dabei. Und weil es Battle Royale ist, wir sehen schon 50 Überlebende und der letzte Überlebende hat mehr oder weniger die Runde gewonnen. Wobei, legt nicht zu viel Fokus auf den Win. Der Win, es gibt eine Heldendart dafür, das heißt, wenn ihr einmal gewonnen habt, dann habt ihr eine Heldendart. Diese Heldendart gibt euch allerdings nichts in Retail, das ist einfach nur eine Heldendart an sich, ohne eine Belohnung angehangen. Es geht hier mehr oder weniger eigentlich dann nur darum, diese Beute zu sammeln. Und die Beute, die ist dann der Ruf, den wir im Spiel haben. Und das schauen wir uns jetzt dann gleich noch an. Jetzt gehen wir nur noch so ein bisschen Gameplay-mäßig weiter rein. Und zwar, wir haben hier einmal den Sturm logischerweise. Man sieht, der Sturm zieht immer näher ran. Sehen wir hier auch der Minimap oder hier auf der Karte, wenn wir einmal schauen. Sturm wird immer kleiner, 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 solange bis halt so gut wie keine Leute mehr am Leben sind. Und der letzte Überlebende hat, wie gesagt, einfach das Spiel dann schlussendlich gewonnen. Und ansonsten, wir haben halt hier unten die EP-Leiste. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, Max-Level ist 10. Ich hätte zumindest noch nie einen gesehen, der über 10 gekommen wäre. Meistens reicht es so aus, wenn man so um die Stufe 8 ist, wenn man einer der letzten ist, der quasi dann noch am Überleben ist. Aber im Allgemeinen würde ich da auch jetzt schauen, dass man halt nebenbei ein bisschen levelt. Und ja, wie gesagt, nebenbei ein paar Fähigkeiten immer pickt, damit der Char nicht ganz so wack ist. Und man sieht schon, da hat man hier verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Heilige Schild. Kann ich nochmal drücken, dann ist hier so ein Ding am Boden. Dann kann ich hier so aufladen mit schneidender Wind, wo ich nach vorne dash. Und dann haben wir hier zum Beispiel einen Spieler, den können wir einfach mal angehen. Ich glaube, wir werden das vergewinnen, aber wir können einfach mal tryen. Natürlich versuchen andere Leute auch immer wegzukommen, wie wir sehen. Können vorne einmal reinballern. Und dann können wir natürlich versuchen, den zu chasen und eventuell zu legen für seinen Loot. Weil wir können natürlich dann die Fähigkeiten und Code, die er halt droppt, können wir dann mehr oder weniger auch klauen. Wir haben hier zum Beispiel auch hier die Ketten. Können wir den Root mehr oder weniger raushauen hier. Dashen dem hier einmal hinterher. Ballern hier mit unseren Autohits ein bisschen rein. Er hat hier seine Special Attack. Wir können mit dem Schild reinballern. Können uns hier einmal hier. Der macht sich mit seinem Fass aus dem Weg. Dann können wir mit dem Fass mehr oder weniger einfach hinterher fahren. Weil wir haben das gute Stück natürlich auch hier gerade am Start. Springt hier nochmal weg. Hat hier noch eine Mobility mit am Start. Das ist natürlich ungut. Jetzt kommen wir nur schwer wieder hinterher. Wir können ihn aber hier nochmal damagen. Ballert hier nochmal verzweifelt durch die Gegend gerade. Wollen natürlich nicht unbedingt gehatet werden. Können einmal aufladen. Können auch vorne dashen. Und wenn wir ihn gekillt haben, dann kriegen wir natürlich EP. Wir kriegen einen Teil, nicht alles von seinem Gold, was er hier hat. Und dann können wir hier seine Fähigkeiten sammeln. Ihr seht schon, wenn wir hier Tab drücken, darf ich hier auch switchen, welche Fähigkeit ich austauschen will. Und dann kann ich mehr oder weniger die anderen Fähigkeiten hier einmal von ihm klauen. Dann haben wir hier noch einen Spieler. Den können wir auch gleich oben hauen. Wenn er schon zu mir hingerannt kommt, dann können wir hier das Gold wieder sammeln. Und da sehen wir schon die Beute, die wir hier auf der Seite gesammelt haben. Wie wenig Spieler nur noch am Leben sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, ihr versteht das Spielprinzip im Allgemeinen. Gibt mir noch ganz andere nice Fähigkeiten, wie zum Beispiel das hier. Damit kannst du halt Schaden vermeiden und den anderen silencen. Ich kann andere Spieler herangrippen und so weiter und so fort. Wenn er vor einer Fähigkeit steht, könnt ihr immer Tab drücken. Dann könnt ihr hier den Slot wechseln, mehr oder weniger, den ihr austauschen wollt. Wenn ich zum Beispiel sagen will, ich will das in dem Slot haben, dann kann ich das natürlich auch jederzeit machen. Wie gesagt, es ist wirklich zu empfehlen, den Keybind zu binden, damit man halt Sachen einfach picken kann, ohne sie anzuklicken. Dann sehen wir, das habe ich zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt nehme, dann habe ich es halt auf Rang 2. Dann sehen wir schon mal zum Beispiel, die Abklingzeit ist jetzt von 18 Sekunden auf 16 runter. Jetzt kann ich euch noch was zeigen, jetzt lassen wir uns hier ja versterben. Jetzt lassen wir uns hier einmal von dem umhauen einfach. Und wenn er uns umgehauen hat, dann gibt es nämlich hier noch was Cooles. Und zwar, wenn wir drauf gehen, sehen wir hier, wir sehen hier einmal unsere Platzierung. Und hier gibt es auch einen Spectate Mode. Das heißt, wenn er drauf gegangen seid, dann könnt ihr einfach die anderen Spieler hier ansehen, die hier gerade noch mit dabei sind. Das ist was ganz Neues für die OV. Das wünschen sich viele auch innerhalb von Raids und Co., dass ich halt einen Spectate Mode habe, damit ich halt zusehen kann. Oder in anderen Modes wäre es natürlich auch ganz cool, wenn es das halt mal geben würde. Und dann kann ich hier halt switchen und dann kann ich halt schauen, was geht hier sonst so ab. Ja, ziemlich cool. Das ist mehr oder weniger erstmal das Allgemeine, um was es hier in diesem Game Mode erstmal geht. Und jetzt kommen wir weiter. Und zwar schauen wir uns an, wie das mit dem Ruf hier drinnen funktioniert. Und zwar, wenn ihr innerhalb eines Spiels seid oder innerhalb der Lobby hier gerade seid, dann könnt ihr jederzeit hier rechts oben auf die Ruhmstufe drücken. Wenn ihr hier drauf drückt, dann seht ihr hier Fasaxes Besatzung und dann seht ihr eure aktuelle Ruhmstufe, seht die nächsten Belohnungen, die ihr hier kriegt und ihr seht unter anderem, wie viel Ruf ihr gerade habt. In meinem Fall hier 2362 von 2500. Und ich brauche halt noch ein bisschen Ruf, damit wir Ruhmstufe 13 erreichen. Insgesamt, wie gesagt, gibt es hier 40 Stück mit dem Finale hier, mit dem Tabat als auch dem Titel, was ihr euch hier abholen könnt. Der Ruf allgemein funktioniert sehr einfach. Und zwar, es gibt zwei Dinge, die ihr hier drinnen beachten sollt. Und zwar, Nummer 1, spielt am Tag wenigstens eine Runde, denn es gibt eine Daily hier, die mindestens 1000 Ruf gewährt. Das heißt, wenn ihr einfach nur ein Game spielt, egal ob das jetzt noch eine Sekunde vorbei ist, ihr kriegt 1000 Ruf. Das heißt, ihr habt hier von den 2500 jeweils gleich 1000 Ruf abgeholt, ohne dass ihr irgendwas dafür machen müsst. Nummer 2 ist, es gibt in jedem Game immer eine Quest. Die ist permanent, das heißt, so viele Games, die ihr spielen wollt, gibt es non-stop. Die andere ist halt, wie gesagt, eine tägliche Quest mit den 1000. Die andere Quest wiederum, die gibt es in jedem Game und die zeige ich euch jetzt. Und zwar, wenn ihr mit einem Spiel beitretet, könnt ihr euch einfach wieder reinschmeißen. Und kaum seid ihr drinnen angekommen und gelandet, kriegen wir hier auch gleich eine Quest. Und zwar sind wir hier Elite-Kreaturen getötet. Das ist immer eine andere Quest, das heißt, das ist in dem Fall immer verschieden. Und für diese Quest kriegen wir immer 250 Münzen. Das heißt, euer Main-Antrieb in diesem Mode sollte es immer sein, dass er wenigstens einmal diese Quest abschließt, bevor ihr drauf geht. Also bevor die Runde für euch vorbei ist. In dem Fall, wie gesagt, ich brauche hier einmal nur die Elite-Kills. Das heißt, wir suchen uns jetzt einfach eine zweite Elite. Sehen wir hier anhand von dem Stern einmal auf der Map. Haben wir eine Elite gefunden? Dann können wir eine Elite einfach umhauen. Und dann sehen wir schon, wir kriegen halt hier ein falsches Pop-Up, komischerweise. Aber wir sehen hier unten unsere Münzen. Und zwar 320 gesammelt. Und da sind halt mehr oder weniger die 250 mit dabei. Jetzt lässt meine Stimme auch schon nach. Da sind die 250 mit dabei, die wir von dieser Quest pro Runde kriegen. Das heißt, schließt auf jeden Fall diese Quest pro Runde ab. Welche Quests gibt es? Und zwar, es gibt einmal eine Quest. Da müsst ihr einfach nur 10 Gegner killen. Also 10 NPCs. Es gibt einmal zwei Elite-Killen. Es gibt Schätze sammeln. Es gibt Truhen öffnen. Und Gegenstände sammeln ist, glaube ich, das Einzige, was ein bisschen verwirrend sein kann. Was sind Gegenstände? Gegenstände sind die Slots, die in eurem Rucksack sind. Das heißt, dort, wo das Fass ist, wenn ihr dann sowas aufnehmt hier, dann zählt das als ein Gegenstand. Und dann habt ihr das auch schon abgeschlossen. Das heißt, das solltet ihr jede Runde abschließen, dass ihr diese 250 Münzen auf jeden Fall abholtet. Denn das ist mehr oder weniger das Wichtigste. Jetzt aber seit gestern was passiert. Und zwar gestern war ein Hotfix. Der Hotfix war, dass man mehr Ruf kriegt. Denn, was könnt ihr euch denken, was die Leute gemacht haben, nachdem sie gesehen haben, dass die 250 das Beste ist, was man holen kann? Natürlich. Leute sind ins Game reingedroppt, haben die Quests abgeschlossen, haben sich direkt umgebracht und sind direkt wieder raus. Was natürlich nicht Sinn und Zweck des Mods ist. Und dementsprechend haben sie jetzt das Gold, das man hier drinnen sammelt, massiv gebufft. Das heißt, um fast mehr als die Hälfte von den Coins, die man hier am Boden sammelt, wurde nach oben gebufft. Dann außerdem, Spieler-Kills geben bei weitem mehr Gold, sind richtig worth jetzt. Das heißt, wenn ihr einen anderen Spieler seht und den besiegen könnt, dann kriegt ihr immer ein Bruchstück seines Goldes. Und das ist richtig, richtig worth. Gerade wenn ihr nur noch irgendwie einer der letzten 10 Spieler oder so um den Dreh seid, dann kriegt ihr dort immer richtig, richtig viele Münzen raus. Dann haben wir natürlich noch was. Und zwar gibt es natürlich zahlreiche Evente, wie zum Beispiel immer die Totenköpfe, die angezeigt werden. Da gibt es immer so einen Gold-Heini, der durch die Gegend läuft. Wenn er dem hinterher lauft oder ihn besiegt, gibt es auch nochmal ziemlich viel Gold. Und es gibt jetzt auch einen Win-Bonus. Das heißt, wenn er zu den letzten Überlebenden zählt, gibt es generell einen Bonus. Und wenn er überhaupt das komplette Game gewonnen hat, dann gibt es nochmal einen Bonus obendrauf. Das heißt, im Schnitt, wenn man normal spielt, ich sage jetzt mal normal so unter die Top 20 kommt, dann hat man normalerweise so um die 1000 Ruf gemacht pro Runde. Und eine Runde geht circa 8 bis 15 Minuten. Das heißt, es ist eigentlich relativ okayisch, wie man hier an den Ruf an sich kommt. Und dann, wie gesagt, nicht vergessen, es gibt halt auch noch die tägliche Quest für die 1000 Ruf. Das heißt, wenn ihr die überhaupt dabei habt und normal spielt, dann habt ihr eigentlich fast ein Room-Level, das ihr pro Tag easy-peasy abholen könnt, ohne dass ihr viel Zeit reinstecken müsst, wenn ihr halt Interesse habt an diesen Rewards, die hier drinnen abzuholen sind. Dann, weil es wahrscheinlich zu Verwirrung kommt, aber was hat jetzt die Beute mit dem Ruf zu tun? Die Beute ist der Ruf. Ein Goldstück ist ein Ruf. Das heißt, ihr müsst halt nur schauen, dass er halt hier permanent diese Rufdinger kriegt und damit halt dann mehr oder weniger, oder die Münzen kriegt und damit halt mehr oder weniger, jetzt bin ich in die falsche Richtung gesprungen. Das war vielleicht nett, der Mofa, wir können den hier einmal chasen mit dem Fass. Oh, das cancelt es gar nicht. Das ist nicht gut. Wir schauen, ob wir den da und kriegen. Ich glaube nicht, doch haben wir es sogar. Da sehen wir hier, wenn wir dann seine Münzen looten, dann kriegen wir natürlich hier nochmal mehr. Er war ja als Level 3, das heißt, viele Münzen wird er nicht gehabt haben hier. Aber man sieht schon, man kann da natürlich dann nochmal ein bisschen mehr Coins nebenbei abholen. Und wie gesagt, eine Münze ist ein Rufpunkt und wenn wir hier dann drauf gehen, weil jetzt laufen wir wieder zu dem zurück hier, wenn wir dann hier drauf gehen, dann kriegt er den Ruf gut geschrieben, das heißt, ich ab hier, sehen wir jetzt, jetzt sind wir 13,455 von 2500 und haben unsere Ruhmstufe hier mehr oder weniger wieder voll. Was ist jetzt also die effektivste Methode, um diesen Ruf nach oben zu fahren? Die effektivste Methode ist nicht mehr ins Game reinzugehen und die Quest abzuschließen und zu liefen, sondern die effektivste Methode ist, geht ins Game rein, versucht einfach BVE da drin zu machen und so viel Stuff wie möglich zu looten. Wenn sich es ergibt, könnt ihr gerne mal einen oder anderen Spieler umhauen und es ist umso effektiver, wenn er natürlich in die Top 10 am Ende reinkommt, das heißt, einer zu den letzten 10 Überlebenden seid, dann gibt es nochmal ein bisschen mehr. Ihr könntet euch auch verstecken, das bringt aber nicht so viel, weil wir gerade ja gelernt haben, dass der Mob Drop erhöht wurde, das heißt, es lohnt sich umso mehr von den einzelnen Mobs hier die ganzen Sachen einmal zu looten, damit ihr dann nochmal mehr Rufe abholt. Heißt also, geht einfach in den Modus rein, spielt den Modus, killt Mobs, killt Rares, schließt die Quest ab und dann schaut einfach, wie weit er immer kommt, jede Runde. Das ist eigentlich so das Wichtigste und wie gesagt, allerwichtigste, einmal am Tag eine Runde spielen, damit ihr die Rufquest für die 1000 Bonusrufe einmal abschließen könnt. Und das war es eigentlich auch schon rund um das Event Blunderstorm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit dem Video ein bisschen helfen konnte und euch den Modus ein bisschen erklären bzw. näher bringen konnte. Wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht Anmerkungen habt, wie zum Beispiel beste Builds, was euch persönlich am meisten gefallen. Ich würde sagen, die sengende Axt, der Grip als auch der Stealth sind so meine Favoriten. So zweite Damage Ability bin ich mir nie so ganz sicher, aber das sind bisher meine Favoriten. Und traurigerweise habe ich mit dem Busch auch schon drei Games gewonnen, wo man sich am Ende einfach versteckt und mehr oder weniger den letzten einfach wegsnackt dann. Das funktioniert leider auch immer. viel zu gut. Ansonsten, wie gesagt, eure Meinungen zu dem Mod und Co. gerne ab damit unten in die Kommentare. Vergesst noch nicht mehr auf meinen Social Media Netflix zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Bis dahin, haut da rein. Vielen Dank.